Musik Demokratie bedeutet nicht, dass ein paar Monopolinhaber von politischer Macht über die Medien in monopolistischer Weise desinformieren. Und deswegen sagen wir Republikaner auch, wir sind richtige und rechte Demokraten und das müssen die anderen erst einmal unter Beweis stellen, dass sie das auch können. Dass natürlich ein Herr Huber aus Bayern nicht in der Lage ist, ich meine jetzt den CSU-Huber, nicht in der Lage ist, zu verstehen, was einem irgendein Bankvorstand erzählt. Das ist klar, wenn Herr Erwin Huber ja nur ins Gesicht zu schauen, dann weiß man schon, wo man dran ist. Manager oder wie sie sich nennen, alle zum Teufel jagen. Die Dame aus der Uckermark hat längst die Übersicht verloren. Also diese 50.000 Millionen seien ihre schwerste innenpolitische Entscheidung gewesen, die sie je als Bundeskanzlerin zu treffen gehabt hätte. Hier ist offensichtlich entgangen, dass sie kurz vorher ein Bankensicherungsprogramm mitentschieden hat, wo es um 500 Milliarden ging. Ich glaube, die hat inzwischen etwas Probleme mit den Nullen. Wahrscheinlich, weil sie von so vielen Nullen umgeben ist. Erinnerts Spitzel Erinnerts sind mehrere US lagen. Untertitelung des ZDF, 2020